Musik In meinem letzten Video habe ich den Beweis erbracht, eine gut geschärfte Sägekette steht einer nagelneuen in nichts nach und deswegen möchte ich euch in diesem Video mal zeigen, wie ich meine Sägeketten schärfe, wenn ich zu Hause bin in der Werkstatt, aber natürlich auch, wenn ich im Wald bin, weil da muss es ja oft ein bisschen schneller gehen, damit ich gleich wieder weiterarbeiten kann. Und wenn dich interessiert, wie ich meine Sägeketten wieder so scharf bekomme wie am Anfang, dann bleib einfach dran. Musik Willkommen zu einem neuen Video der Reihe Aufgaben als Waldbesitzer. Ich bin der Bastian und ich habe mir vor circa einem Jahr diesen tollen Wald hier gekauft. Und seitdem nehme ich euch immer wieder mit zu meinen Versuchen und meinen Aufgaben, die ich als Waldbesitzer habe. Und wenn dich das interessiert, das Thema Wald kaufen und Wald bewirtschaften, dann auf jeden Fall jetzt ein Abo dalassen und bei den nächsten Videos mit dabei sein. Ich habe jetzt schon mal meine Vorrichtung hier vorbereitet, damit ich meine Sägekette schärfen kann. Ihr habt gesehen, ich habe hier so einen Feilbock, den ich in das Holz reingetrieben habe. Und der Feilbock hilft mir, dass ich nachher beim Schärfen dann mir keine Gedanken machen muss, dass meine Maschine irgendwie runterfällt, sondern damit ist sie wirklich fest eingespannt. Warum sollen wir denn unser Schwert überhaupt schärfen, unsere Kette? Ganz einfach, weil wir uns natürlich leichter tun. Ihr wisst es, wenn die Kette stumpf ist, in dem Video letzte Woche habt ihr es gesehen, dann brauche ich einmal Ewigkeiten, bis ich durch das Holz durch bin. Und ich brauche viel Kraft. Ich muss die Kette quasi oder die Säge quasi rein drücken ins Holz. Wenn meine Sägekette ordentlich scharf ist, dann zieht die sich selber ins Holz rein. Ich spare mir die Kraft, meine Muskeln werden nicht so schnell müde und entsprechend ist es natürlich auch ein Sicherheitsplus, mit einer schärferen Kette zu arbeiten. Ich spare mir einfach die Kraft und es geht schneller. Gerade beim Thema schneller, ich weiß, es kostet Zeit, dass ihr hier eure Sägekette schärft, aber die Zeit, die ihr hier drauf verwendet, die holt ihr später beim Sägen locker wieder rein. Ihr habt vielleicht in dem Video, wo ich die Kiefer hier gefällt habe, gesehen, dass ich ordentlich an Ausrüstung mit zu schleppen hatte. Ich habe ja selber keinen Traktor, entsprechend muss ich alles in Taschen und in meinem Rucksack verstauen. Und das hat dazu geführt, dass ich im Wald nicht so viel Ausrüstung natürlich dabei habe und auch nicht so viel Werkzeug. Aber zum Schärfen nehme ich trotzdem immer was mit, aber nur einen Bruchteil von dem, was ich in meiner Werkstatt habe. Und das ist zum einen hier meine Rundpfeile, natürlich passend zu meiner Kette, entsprechend vom Durchmesser, da müsst ihr auch drauf achten. Dann natürlich das, was wir sowieso dabei haben, den Kombi-Schlüssel, falls wir irgendwas reparieren müssen oder eben zum Aufmachen und zum Wechseln von der Kette und zum Nachspannen, den Kombi-Schlüssel, einen Schraubenzieher auch zum Nachspannen von der Kette und dann natürlich den Pfeilbock, den ich euch gerade gezeigt habe und meine Axt zum Reintreiben von dem Pfeilbock. Und mehr würde ich gar nicht mitnehmen, weil die Kette an sich, wenn wir hier im Wald arbeiten, die müssen wir nicht komplett wiederherstellen. Das heißt, Tiefenbegrenzer zurücksetzen etc. Das machen wir zu Hause in der Werkstatt und auch, dass die wirklich alle gleich lang sind, diese Sägezähne. Machen wir alles daheim. Hier im Wald langt es mit der Rundpfeile einfach ein paar Striche durchzugeben, damit die wieder ordentlich scharf ist. Ihr habt es in dem Video letzte Woche gesehen, ich habe den Beweis geführt. Falls ihr es nicht gesehen habt und euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall nochmal in das Video von letzter Woche rein. Ich verlinke euch das hier oben nochmal. Und wie wir jetzt das genau machen, das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich eine Kette habe mit einer geraden Anzahl an Kettengliedern. Und das heißt, dass ich immer eine Stelle habe, wo ich zwei Kettenglieder hintereinander auf der gleichen Seite habe. Ihr seht das vielleicht hier. Normalerweise sind die ja immer abwechselnd, aber es gibt eine Stelle, wo die eben zwei hintereinander sind. Und die Stelle, die nehme ich mir immer her, damit ich weiß, wo ich anfange und wo ich aufhören muss, weil ich natürlich dann einmal außenrum muss, sodass ich kein Kettenglied doppelt feile. Dann gehe ich her mit meiner Feile und schaue, dass ich genau den Winkel wieder treffe. Und ich muss natürlich jetzt immer mit dem Strich ziehen. Also das heißt, ich feile immer nach vorne. Beim Zurückziehen setze ich ein bisschen ab, dass ich einen Abstand dazwischen habe, gehe wieder zurück und feile wieder nach vorne durch. Und das mache ich jetzt mit jedem Zahn. Merkt mir, wie gesagt, wo der Anfang ist. Und wenn die nicht komplett kaputt ist, dann langen da drei, vier Feilenstriche und dann ist das Ding wieder scharf. Heißt also, das ist relativ einfach. Ich habe jetzt die eine Seite geschärft. Ihr solltet auf jeden Fall immer gucken, dass die Fläche, die ihr gerade geschärft habt, dass die wirklich schön glänzig ist und dass ihr wirklich eine saubere Schnittkante habt. Ich zeige euch das nochmal im Detail. Und wenn das gut ausschaut, dann könnt ihr zum nächsten Zahn weitergehen. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ist, dass wir das Ganze noch von der anderen Seite natürlich anfangen. Es geht ja nur darum, dass ihr wieder einen ordentlichen Schnitt habt. Ob die jetzt ein paar Prozent schneller oder langsamer seid, das ist nicht so wichtig. Das können wir alles dann zu Hause machen. Und wie wir das zu Hause machen und da ein bisschen mehr Zeit investieren, dazu gehen wir jetzt zu mir nach Hause in die Werkstatt. So, ich bin inzwischen wieder zu Hause. Ich habe die Maschine soweit mal auseinandergebaut und mit Druckluft gereinigt, so dass ich mich jetzt ans Schärfen machen kann. Ich habe euch ja gerade eben draußen gezeigt, dass ich, wenn ich im Wald bin, eigentlich nur mit der Rundpfeile meine Kette nachschärfe. Wenn ich zu Hause bin, dann ist das Thema Schärfen eigentlich auch gleichzeitig geknüpft mit einer Prüfung, ob alles noch in Ordnung ist mit der Maschine. Das werde ich euch am Ende des Videos auch noch zeigen, was da noch mit dazu kommt. Jetzt aber erstmal das saubere Schärfen meiner Sägekette mit den Mitteln, die mir in meiner Werkstatt zur Verfügung stehen. Was brauche ich dazu? Meinen Messschieber, einen Filzstift in auffälliger Farbe, meinen Schlitzschraubendreher, den Kompi-Schlüssel, die Tiefenbegrenzelehre, eine Rundpfeile mit dem passenden Durchmesser, eine Flachpfeile zum Zurücksetzen vom Tiefenbegrenzer oder statt der beiden könnt ihr natürlich auch so einen 2 in 1 Pfeilenhalter kaufen. Ich habe den unheimlich lieben gelernt, weil du natürlich in einem Arbeitszug sowohl den Sägezahn schärfst als auch den Tiefenbegrenzer zurücksetzt. Dann auf jeden Fall noch ein paar Arbeitsanschuhe, dass wir uns nicht schneiden und dann hier noch einen Schraubstock zum Einspannen von eurer Kettensäge und genau das machen wir jetzt. Übrigens, weil ich es gerade gesehen habe, der Steigerwälter Stefan hat mir einen super Tipp gegeben und zwar in meinen Kommentaren unter dem Video, wo ich die Kiefer gefällt habe und der hat gesagt, wenn du Bäume fällst, dann kann es ja sein, dass du zum Beispiel, wie bei der Kiefer passiert, der Baum hängt, ich versuche die Bruchleiste zu schneiden oder noch zu lösen, das Schwert klemmt sich ein und damit hängt auch meine Kettensäge fest. Jetzt kann ich zwar das Schwert dann rausbauen und die Kettensäge retten, aber im dümmsten Fall klemmt dann mein Schwert und ich habe keine Möglichkeit, sie wieder freizuschneiden und da hat er gesagt, hol dir eine zweite Führungsschiene, kann auch eine günstige sein, damit du zur Not eben etwas zum Wechseln hast. Heißt, Führungsschiene und Sägekette nochmal zusätzlich dabei haben und dann kann mir nichts mehr passieren. Ich kann dann quasi trotzdem weiterarbeiten und bin nicht darauf angewiesen, den Hänger irgendwie zurückzulassen, was ich auch gar nicht darf. Super Tipp, vielen Dank dir Stefan und auch an euch, schreibt mir gerne Tipps unten in die Kommentare in meinen Videos, weil ich bin ja noch nicht so erfahren und entsprechend freue ich mich über jeden Tipp, den ich von euch kriegen kann. Ich habe mir anfangs tatsächlich Gedanken gemacht, ob es schlau ist, die Führungsschiene tatsächlich direkt im Schraubstock festzumachen, aber man sieht es überall so, die sind anscheinend dafür gemacht und ausgelegt. Hält, auf jeden Fall, hat es jetzt noch keine Probleme gegeben. Was ich jetzt als erstes brauche, ist ein Messschieber, weil ich herausfinden möchte, welcher von den Sägezähnen ist denn der kürzeste. Am Ende des Tages soll es nämlich so sein, dass jeder Sägezahn gleich lang ist, damit die Kette möglichst gleichmäßig schneidet und ich kann natürlich nur die längeren kürzen, andersrum geht es nicht, deswegen muss ich den kürzesten Sägezahn rausfinden. Und dazu gehe ich mit dem Messschieber her, suche mir einen Sägezahn, der jetzt offensichtlich ein bisschen kürzer ist, lege hier an und brauche mir jetzt nicht merken, wie lang das ist oder wie groß, sondern ich drehe da einfach hinten zu. Das muss auch nur grob sein, das muss jetzt nicht auf den Zehntel Millimeter ankommen und bei denen, die gleich lang sind oder länger, da bleibt er oben drüber. Den würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich auch schon mal markieren mit meinem roten Stift. Könnt ihr das sehen? So, das geht relativ schnell und jetzt seht ihr, komme ich wieder an meinem kürzesten Zahn an und mit dem beginne ich jetzt zu feilen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit so einer Rundfeile zu arbeiten oder mit so einem 2 in 1 Pfeilenhalter. Ich habe euch übrigens zu allen dieser Werkzeuge unten natürlich die Links auch wieder in der Videobeschreibung. Bei dem Pfeilenhalter könnt ihr in einem Arbeitszug sowohl den Sägezahn schärfen als auch den Tiefenbegrenzer zurücksetzen. Mit diesem Pfeilenhalter oder mit diesem 2 in 1 Gerät, da geht es natürlich relativ schnell. Ich zeige es euch jetzt mal mit dem hier und nachher mit der Rundfeile. Auf eurem Schärfgerät habt ihr hier einen Pfeil und der Pfeil gibt euch die Schärfrichtung vor. Das heißt, Pfeil schaut nach oben und von euch weg. Dann habt ihr hier so parallele Linien, diese Linie, die muss parallel zu eurer Führungsschiene sein. Dann habt ihr automatisch den richtigen Winkel. Ihr seht jetzt, dass der Sägezahn wieder ein bisschen sauberer ausschaut. Zählt die Striche mit, die Pfeilenstriche, die ihr braucht und die ihr macht, damit ihr die bei den anderen Zähnen auch gleichmäßig so tun könnt. Jetzt schauen wir uns den Zahn an, den wir gerade gemacht haben. Da seht ihr, da passt der Schärfwinkel ideal. Schauen wir uns mal beim nächsten an. Hier seht ihr, der ist zu flach. Und ihr habt jetzt gerade gesehen bei der Tiefenbegrenzter Lehre, dass ich beim Pfeilen im Wald eben nicht hundertprozentig immer den Winkel getroffen habe. Und deswegen macht es eben Sinn, wenn ich dann hier in der Werkstatt bin, das nochmal genauer zu überprüfen. Weil je flacher ich werde, desto weniger Schnittleistung habe ich natürlich. Und je steiler ich werde, das ist auch wieder nicht gut. Weil wenn ich zu steil den Winkel hier habe, dann hilft meine Schnittschutzhose nicht mehr. Das heißt, wir sollten wirklich genau in dem Bereich sein von diesen 30 Grad, wie wir es auch vorgeschrieben haben. Wenn wir mit diesem Pfeilenhalter arbeiten, habe ich ja gerade gesagt, dass wir sowohl den Tiefenbegrenzer als auch den Sägezahn schärfen und abschleifen. Man sagt deswegen 2 in 1 dazu, weil wir, wenn wir den nicht benutzen, brauchen wir zwei Arbeitsschritte. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal den Sägezahn schärfen und zum anderen, wenn nötig, den Tiefenbegrenzer zurücksetzen. Was das ist, zeige ich euch gleich. Aber was wir noch mit beachten müssen, ist mit dieser Pfeile, mit dieser Rundpfeile, können wir natürlich in beliebige Richtungen pfeilen. Das heißt, wir können in dem Sägezahn nach unten, wir können aber auch in den Sägezahn nach hinten oder nach oben. Hier, das da ist der Tiefenbegrenzer, das da ist der Sägezahn, oben ist das Sägezahn-Dach und hier, das ist quasi die Schneide, zwischen Sägezahn und meiner Pfeile. So, und ich muss jetzt gucken, dass ich nicht zu tief runterpfeile und ihr seht, dass hier so eine kleine Nase entsteht, so ein Zacken. Und wenn ich jetzt zu hoch komme, dann ist der Zacken natürlich auch weg. Das heißt, ich muss jetzt genau da reintreffen. Ich muss auch wieder schauen, dass ich nicht schräg komme und dass auch der Winkel hier so passt. Und da hilft mir meine Tiefenbegrenzerlehre. Die legt ihr da drauf und wisst, welcher Winkel ist der richtige. Aber der Rest ist der gleiche. Heißt, ich markiere mir jetzt wieder den kürzesten Sägezahn und dann fange ich an, da zu schärfen. Und wenn ich jetzt die Sägezähne komplett durchgeschärft habe, kommt der zweite Schritt und zwar das Zurücksetzen vom Tiefenbegrenzer. Den können wir aber nicht beliebig tief runtersetzen, sondern wir brauchen dafür diese Tiefenbegrenzerlehre. Und da schauen wir mal, wie weit muss ich denn den zurücksetzen. Tiefenbegrenzer deswegen, damit ihr nicht zu tief ins Holz reinkommt und der Sägezahn zu viel Span rausnimmt. Und jetzt haben wir hier den frisch geschärften Sägezahn. Da lege ich jetzt da drauf und dann schaue ich hier, ob der Tiefenbegrenzer über diese Stelle hier rausragt. Wenn nicht, dann brauche ich nichts zurücksetzen. In dem Fall brauche ich ihn tatsächlich nicht zurücksetzen. Jetzt habt ihr entweder die Möglichkeit, hier drüber zu feilen. Dann wird natürlich irgendwann hier auch diese Leere immer dünner. Ich würde euch empfehlen, ihr hebt es ab, zieht da drüber und setzt ihn ein bisschen zurück. Das braucht nicht viel. Hier ihr seht, ich muss jetzt sogar gar nichts zurücksetzen. Das passt ideal. Wenn ihr es zurücksetzt, würde ich euch immer empfehlen, immer so eine leichte Kippbewegung zu machen. Ich hatte das nämlich bei einer sehr alten Kette mal. Wenn der kantig wird, dann ruckelt die Kette. Deswegen schaut, dass der immer so ein bisschen rund bleibt. Naja, und das war es schon mit dem Schärfen von meiner Kette. Also ihr seht, es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn ich in der Werkstatt bin, aber da habe ich natürlich auch Zeit. Es ist warm hier, es ist trocken. Ich kann mich vielleicht auch mal hinsetzen, wenn es sein muss. Wenn ich schon hier bin, schaue ich, ob die Sicherheitseinrichtungen noch passen, damit ich die beim nächsten Mal einfach mir schnappen kann und rausgehen kann und weiß, alles ist in Ordnung. Erster Schritt ist bei mir ob die Kettenbremse funktioniert. Ihr kennt das. Klack. Und wenn die jetzt hier ordentlich blockiert und ich kann nichts mehr bewegen, dann funktioniert die schon mal. Wie gut die natürlich ist und wie fest, das kann man am besten bei der laufenden Kettensäge probieren. Aber für den ersten Test, ob die einrastet, etc. langt das. Zweite Einrichtung ist hier hinten ist hier hinten der Gashebel. Der darf sich nicht drücken lassen, wenn hier oben nicht dieser Sicherungsknauf gedrückt wird. Also auch da mal schauen, passt es. Dann noch da unten und zwar, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ist mein Kettenfang, ist der noch intakt, ist der irgendwie beschädigt, ist der irgendwie kaputt. Wenn der noch da ist, ist auch der Check in Ordnung. Weniger sicherheitsrelevant, aber was völlig auch noch mal Sinn macht, ist zu schauen, passt mein Luftfilter noch? Den kann man rausschrauben, von innen mal auspusten und damit ist meine Maschine wieder vorbereitet für den nächsten Einsatz. Für mich ist jetzt hier noch nicht Schluss. Ich muss eine meiner Ketten noch zu einer Längsschnittkette umfunktionieren, weil ich nächste Woche mit euch zusammen in den Wald gehen werde und da mein mobiles Kettensägewerk auszuprobieren. Was ist das? Ich kann damit aus dem Stamm Latten schneiden. Das heißt, ich habe wirklich die Möglichkeit, Bauholz aus meinem Stamm zu machen und da freue ich mich ultra drauf, weil Sachen zu basteln aus dem Holz vom eigenen Wald ist, finde ich, einfach super, super cool. Muss natürlich noch getrocknet werden, etc. Aber wenn euch das interessiert, was ich dann damit mache, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dann würde ich sagen, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald.